Ob Homo oder Hetero, Chef oder Praktikant, bei einem Ding scheitern alle, dem BH-Verschluss. Da hilft selbst die beste Software nicht. Jeder findet doch, dass er eigentlich viel mehr Geld verdienen sollte, oder? Also was folgt? Der leidige Bettelgang zum Chef. Und der hat natürlich mal wieder gar kein Verständnis. Man sollte sich auch mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden geben. Denn schlimmer geht's immer. Diese bittere Erfahrung muss jetzt dieser junge Mann machen. Der Zufall spielt ihm ganz übel mit. Ganz, ganz übel. Ich warne Sie. Das, was Sie jetzt sehen werden, sollten Sie auf keinen Fall selbst ausprobieren. Und zwar weder in Ihrem Büro noch zu Hause. Denken Sie erst gar nicht drüber nach. Hier ist unsere TTT-Fun-Clip-Parade. Heute zum Thema Büro. Wie immer präsentiert von MyVideo. Auf Platz 3 Büroerotik pur. Der Clip auf Platz 2 zeigt mal wieder das Zuschauen bei TalkTalkTalkFun schlaumacht. Oder, verehrte Auszubildenden, hätten Sie gewusst, dass man in der Steinzeit Kuriersendungen verschickt hat? Tja, bei uns lernen Sie es. Das ist das Thema, die Kartechnik-Stand-Leity zu angeln.